ASKÖ TV, hier bei mir, Obmann Ritter vom SC Buchschachen. Herr Ritter, eine meisterliche Leistung heute, 6 zu 1 gegen den ASKÖ Jabbink. Wird es noch reichen für den Meister oder ist Oberschützen schon zu weit weg? Der Oberschützen ist schon Meister, ich möchte Ihnen auf diesem Weg auch schon recht herzlich gratulieren. Aber falls Sie zu viel feiern, dann werden wir vielleicht noch ein bisschen eingreifen in das Meistergeschehen. Auf einen und für sich ist der Sack zu. Wie schaut Ihre Planung für das nächste Jahr aus? Wird es wieder funktionieren oder wollen Sie Meister werden? Da kann ich jetzt noch nichts sagen, aber wir werden Sie auf jeden Fall von unserem Vierfassbarschützen Janos Schlemper trennen. Alle, die das Interesse haben, können heute schon bei ihm anrufen. Das überrascht mich jetzt. Kann man wissen, warum? Erst 42 Jahre, wir müssen verjüngern, wir haben eine ganze junge Mannschaft. Er ist der einzige Alli und das ist eigentlich echt der Hauptgrund. Herzlichen Dank für das Interview und alles Gute. Danke schön.